Moin Moin, eins zu Wort von mir heute einmal zu diesem Hocker hier, beziehungsweise dieser kleinen Vorstellcouch oder kleinen Bank, je nachdem wie man das Leben nennen möchte. Das ist das gute Stück und ja, ich bin bisher sehr sehr zufrieden damit. Vielleicht wäre auch auf der Suche nach so einer kleinen Möglichkeit, das etwas vor seinem Bett zu platzieren. Kann hier, finde ich, ein ganz schönes Produkt kriegen. Es handelt sich hier um so einen leichten Samtbezug. Man sieht das auch ganz gut, wenn man hier so über den Fingern drüber geht. Das ist natürlich ein bisschen anfälliger. Auf der anderen Seite benutzt man ja tatsächlich so eine kleine Bank dann doch eher, vielleicht mal um was abzulegen oder sich mal hin und wieder drauf zu setzen. Ansonsten ist das ja meistens gar nicht unbedingt in Nutzung. Und ja, ansonsten ist das Ganze sehr sehr schön verarbeitet. Wir sehen, dass es hier so abgesteppt. Das kann man hier von oben einmal auch noch mal ganz schön sehen. Ansonsten ist es auch sehr simpel gehalten. Wir haben einmal hier unsere Sitzfläche, die ist so ein bisschen aufgepustert im Prinzip mit Federn und allem. Und das Ganze wird dann abgerundet mit so kleinen, goldenen Füßen. Auch die sind sehr einfach anzubringen. Das Ganze kommt auch schön verpackt und meiner Meinung nach auch ein sehr schönes kleines Bänklein, was man eben hier erwerben kann.